Ein bisschen schlappe Flügel hat der Gute. Willkommen in der Sentinel Bay. Ihr habt gesprochen und ich habe zugehört. Heute schauen wir gemeinsam auf den Transformers X-Men Collaborative Ultimate Expanse. Vorab ein Blick auf die Box und die ist wunderschön wie ich finde. Wir haben diese Collaborative Boxen. Immer so ein bisschen gehalten im Stil des jeweiligen Franchises, mit dem man da zusammenarbeitet. Hier oben haben wir das Logo entsprechend mit dem X-Men Jet. Dann ist er hier im Old Mode schön präsentiert. Hier haben wir dann den Ultimate Expanse im Artwork. Die ganzen Farben sehr auf X-Men getrimmt. Das sieht super gut aus. Das X-Men Logo ist mit drauf. Wir haben hier nochmal das Artwork. Hinten sind die Ränder der Figur und auf der Seite haben wir Zeichnungen von Wolverine und Saber 2. Die sind nämlich tatsächlich mit dabei. Rückseite ist dann oder Unterseite ist nicht viel. Hier oben sind nochmal die gleichen Ränder, glaube ich, oder? Ne, ist eine andere Pose. Immerhin das. Also ich finde es eine wunderschöne Box. Ich finde aber vor allem das Innenleben finde ich interessant. Da gucken wir nochmal ganz kurz drauf. Wie gesagt, liegt in einem Kunststoff-Klemmschel. Das ist alles noch aus der Zeit, bevor Hasbro angefangen hat, Plastik zu reduzieren. Beim Klemmschel vermisse ich es nicht. Die Classic Fenster, muss ich sagen, fehlen mir mittlerweile. Hier haben wir diese wunderschöne, schematische Zeichnung vom X-Jet. Also hier so wirklich mit, mit, ja, so einmal aufgeschnitten, ne, wo die Crew sitzt. Was hier also kündigt? Und hier sind ein paar technische Daten. Hier haben wir ein paar Zeichnungen, so wie so wie sieht, wie so Sammelkarten sieht das aus, ne, von den einzelnen X-Men, Colossus, Iceman, Gambit, Jean Grey, Archangel, Deadpool sogar mit drin. Das finde ich witzig. Also das finde ich einfach liebevoll gemacht. Das ist eine sehr, sehr schöne Box. Ich finde, das ist auch tatsächlich etwas, das ist so eine Box, da verstehe ich wieder mal so einen Inbox-Sammler. Das kommt da eher selten vor. Aber das ist eine, die auch tatsächlich aus dem Regal für sich mit dem Ding drin richtig was hermacht. Und auch die Anleitung kommt im ähnlichen Stil. Daher alles in so einem leicht rot-orange Ton eingetaucht. Das sieht ganz cool aus. Und die funktioniert auch ziemlich gut, ne, sehr eindeutige, klare Zeichnungen, die Schritte. Klar beschrieben. Schön dieses, dieses etwas dickere, matte Papppapier, was Hasbro da benutzt. Das ist wirklich toll. Also auch da nix zu meckern. Wie alle Collaborative-Figuren kommt der Ultimate Expense in seinem Jet-Mode, was ich persönlich sehr begrüße. Wer diesen Kanal schon länger guckt, weiß, dass ich gerne mit dem Jet oder im Out-Mode anfange und dann hinterher der Roboter erscheint, so wie das früher bei den Originalspielzeugen halt auch war. Das ist meins. Gucken wir kurz auf das Zubehör, was ihr hier sehen könnt. Wir haben einmal diese beiden Minifiguren. Wir haben hier Sabertooth. Den finde ich ganz cool. Ich muss sagen, ist komplett lackiert, wie mir scheint. Von oben bis unten. Das Gesicht ist ein, das Gesicht, also das Gesicht selber hätte nochmal einen anderen Farbton, so einen richtigen Hautfarbeton vielleicht vertragen können, dass er sich ein bisschen besser abtiebt. Von der Form und so finde ich den eigentlich ganz nett. Er ist natürlich überhaupt nicht im richtigen Maßstab zum Flieger. Von daher weiß ich nicht so, kann man ihn nicht so richtig nutzen. Er steht aber wenigstens. Wir haben dazu noch Wolverine. Der ist noch etwas liebloser von der Bemalung. Also das Gesicht ist halt einfach nur so überpinselt. Die Augen hat man immerhin freigelassen. Ist alles sehr klein und so. Ich verstehe das schon, aber ich weiß nicht, sieht nicht so richtig gut aus. Immerhin die Klauen wird selber abgesetzt. Von der Farbgebung und so ist schon ganz schön. Der hat nur das Problem, der steht gerade so. Also den kannst du hinstellen und wenn du Glück hast, bleibt da stehen. Jetzt gerade habe ich tatsächlich viel Glück. Na doch, es geht. Aber er ist sehr locker. Also das ist nicht ganz so einfach. Ich meine, das ist alles so ein bisschen gummimäßig. Du kannst es wahrscheinlich warm machen und dann so ein bisschen zurechtbiegen, dass es dann passt. Aber der war jetzt für mich hier so. Jetzt kommt es. Na, bleib. Bleib. Egal. Dann bekommen wir dieses Effektstück. Das, wem das bekannt vorkommt, sieht so ein bisschen aus wie dieser Psycho-Effekt von Psylocke, den sie immer hat, wenn sie ihre Psycho-Kräfte einsetzt. Das scheint dann so um die Augen drumherum. Ich hätte eigentlich gedacht, dass man das bei Ultimate Expense oder nur Expense, ich weiß gar nicht, wie der Charakter eigentlich heißt. Ultimate ist ja auch immer so ein Präfix generell bei X-Men. Ultimate Avengers gibt es ja zum Beispiel auch. Egal. Jedenfalls hätte ich gedacht, dass man das so vor die Augen klippen kann, als würde er diese Effekte einsetzen. Aber kann man tatsächlich nicht. Gibt es keinen Pin für. Das soll man laut Anleitung den Figuren um die Hüfte klemmen. Warum auch immer. Und es hält auch nur so halb. Also bei Sabertooth geht es. Wie ihr seht, er hält nicht so neulich fest. Bei Wolverine, ja doch, gerade so. Aber es ist halt, weil das sehr weiches Plastik ist, nicht so richtig toll. Wie gesagt, ich verstehe auch nicht so ganz den Sinn, dieses Effekts. Die anderen zwei Effekte sind schon deutlich effektvoller, tatsächlich. Wir haben einmal hier diese, ja auch die sind so ein bisschen nach Psylocke-Psycho-Kräften gestaltet. Dann haben wir hier diese Klinge. Die sieht ganz cool aus. Die ist auch, ich dachte erst, die wäre gewarpt, aber das ist tatsächlich Absicht, dass es halt aussieht wie so eine Schwertklinge, dass die hier so ein bisschen schräg ist, weil hier sind wirklich Kerzen gerade. Das ist okay. Ist auch einigermaßen stabil. Die ist ganz schön. Und wir bekommen hier diese Wolverine-mäßige Klaue. Auch die finde ich ganz, ganz cool. Könnt ihr halt im Jet-Modus parken. Ihr habt hier unten sind, da an der Stelle sind 5mm-Ports. Da könnt ihr sie zum Beispiel reinstecken. Da könnt ihr sie aber einfach an die Seite legen. Im Bot-Modus später kann man die dann ebenfalls benutzen. Gucken wir auf den Jet. Und ich muss sagen, den Jet, wenn das bekannt vorkommt, der basiert oder viele Teile des Jets an sich. Ich glaube, ich weiß nicht genau welche, aber ich glaube, die Schnauze ist ein bisschen anders. Das eine oder andere. Hier könnte vielleicht leicht verändert sein. Aber grundsätzlich ist die Außenhülle der Studio-Series Jetfire, den ich euch hier schon gezeigt habe. Die Liederglas-Figur. Und man hat allerdings hier nicht diesen Bart links und rechts raus liegen. Also ich finde den so als Jet von der Form, finde ich den ziemlich geil. Ich mag ja die Blackbird generell als Modell. Und dann hier so mit den etwas knalligeren Farben passend zum Comic hier mit dem Gelb und dem Schwarz als Kontrast. Der rote Druck auf der Seite, das sieht gut aus. Wir haben hier vorne die Fenster sind entsprechend rot. So ein paar Linien-Details auf der gesamten Oberfläche. Von hier ist alles geriffelt so. Mit diesem matt-schwarzen Blatt. Finde ich cool. Also ich mag den Jet total gerne. Und ich finde den auch von unten. Klar, wir haben das übliche Jet-Chaos. Aber so ein paar Sachen. Das ist das X-Zeichen von dem Bot, dass man das wegklappen kann, dass man nicht die gesamte Bot-Brust sofort so sieht. Hier ist zwar der Gürtel sichtbar, aber ich finde es einigermaßen okay. Es baut auch nicht so dick auf. Also ich mag das generell. Wir haben hier das Fahrwerk. Das sind leider keine richtigen Rollen. Dadurch kann man ihn nur schieben. Das wäre noch ganz schön gewesen, wenn man hier richtig Rollen gehabt hätte. Das könnt ihr logischerweise dann hier nach vorne wegklappen. Und auch hier vorne haben wir Fahrwerk. Auch hier keine Rolle, alles nur Plastik. Klappt man dann entsprechend weg. Und dann könnt ihr ihn euch irgendwo auf den FlightZend packen. Also grundsätzlich ist das Ding eigentlich okay. Es hat allerdings zwei Schwachpunkte. Zum einen ist das der ganze hintere Bereich. Wenn man es hier richtig reindrückt. Ich habe jetzt wirklich mit Kraft gearbeitet. Ihr müsst gucken, dass hier diese ganzen Winkel, dass die alle stimmen. Seht ihr gleich nochmal bei der Transformation, wie das sein muss, dass es vernünftig hält. Das ist nicht ganz einfach zu machen. Und das größte Problem, das ist auch bekannt, sind diese Flügel hier. Habt ihr im Intro ja schon gesehen. Ihr seht, wenn man die einmal einrastet, zumindest bei mir, sie halten dann. Aber da reicht wirklich ein ganz kleines Tippchen und dann klappen die runter. Von daher, das ist nicht optimal. Ihr könnt übrigens, wenn ihr wollt, das ist der X-Men Jet Look. Wenn ihr die Blackbird, die original Blackbird so ein bisschen mehr nachstellen wollt, dass die Flügel eher nach hinten gewinkelt, dann könnt ihr die auch tauschen. Ich persönlich finde allerdings den Look mit den Flügeln nach vorne, finde ich deutlich besser. Also ihr seht, die sind sehr einfach abzumachen. Für diesen Tausch natürlich ganz vorteilhaft. Sie fallen auch bei der Transformation mehrfach ab. Ich versuche die mal nicht rauszuschneiden, dass wir mal einen realistischen Count bekommen, wie oft sie mir runterfallen. Aber das ist sicherlich nicht schön. Aber abgesehen von diesem Schwachpunkt finde ich diesen Jet ziemlich genial. Und ziemlich groß ist er auch. Hier haben wir mal den War for Cybertron Siege Six-Gun in seinem Alt-Mode. Da seht ihr es halt vor allem extrem lang. Also wenn ihr den im Jet-Modus ausstellen wollt, müsst ihr schon ein bisschen Platz einplanen. Denn dieser Jet ist von vorder bis hinten ganze 35 Zentimeter lang und auch die Breite ist nicht zu verachen von Flügelspitze zu Flügelspitze. Immerhin 23 Zentimeter. Für die Verwandlung klappt ihr zunächst den Fuß hier nach draußen und löst dann das ganze Triebwerk hier seitlich aus der Arretierung. Das ist hier unter dieser Platte da eingesteckt. Eins. Und dann bringt ihr das Triebwerk am besten hier auf dem Hüftgelenk einmal nach oben. Klappt es leicht nach draußen. Und dann habt ihr jetzt hier diese Klappe. Einmal hier und auf der anderen Seite die gleiche. Einmal hier rausklappen. Und dann könnt ihr das ganze Teil hier, das ist der Fuß, nach unten schwingen und hier das Bein der Länge nach rausziehen. Ihr habt jetzt hier, mal gucken, dass das hier wirklich einigermaßen gerade ist. Ihr habt jetzt hier vorne diesen Teil. Den schwingt ihr nach vorne. Das ist dann sein Knie sozusagen. Und jetzt habt ihr hier, könnt ihr das Bein hier splitten. Das ist gerade hier an der Stelle, dieser Teil ist hier hinten. Das ist so ein C-Clip. Zack. Ziemlich feste drin. Zieht ihr nach oben, dreht er rum und schiebt das Ganze dann hier. Ist hier der zweite C-Clip. Drückt sich das Ganze entsprechend dann wieder rein. Und hier unten macht ihr das genauso. Da geht es etwas leichter. Zieht ihr das hier nach oben, dreht es einmal rum und bringt das Ganze hier an der Stelle dann zurück. Und dann habt ihr hier noch den Fuß. Der hat hier ein Doppelgelenk. Den schwingt ihr jetzt hier einmal nah ran ans Bein. Und könnt ihr jetzt hier mit den Klappen, die haben hier diese Nasen, legt sich die eine Klappe hier hin. Die andere Klappe legt sich dorthin. Und die Flügel, das Teil bringt ihr entsprechend hier nach hinten und den Teil liegt ihr dagegen. Dreht die Beine jetzt hier nach oben und bringt sie dann hier auf dem Gelenk einmal nach vorne. Und müsst ihr am besten hier oben anpacken. Sonst dreht ihr wahrscheinlich eher das Knie, bringt ihr die Hüfte hier nach unten. Jetzt müsst ihr diese beiden Teile voneinander trennen. Die sind ziemlich ineinander verhakt, weil die hier da unten, also es ist immer so gegensätzliche Pins. Das ist ein bisschen schwierig. Und auch hier sind sie eingehakt. Aber dann geht es. Und dann nehmt ihr hier dieses Teil. Dann müsst ihr an dem Ding vorbeischwingen. Klappt hier die Flügel, drückt ihr leicht nach unten. Dann könnt ihr sie hier an der Stelle rausklappen. Und dann nehmt ihr das Ganze hier auf dem Doppelgelenk, schiebt es nach hinten. Hier sind so zwei Stifte, die arretieren das Ganze und klappt es hier nach oben. Und jetzt nehmt ihr eure Flugzeugspitze, zieht die hier aus der Arretierung und bringt den ganzen Krempel erstmal nach hinten. Und habt jetzt hier die Arme. Die trennt ihr hier an der Stelle auf, bringt jetzt hier dieses Schulterteil, bringt ihr hier nach unten, springt hier so leicht über, hakt das Ganze hier ein. Und jetzt nehmt ihr dieses Teil, den Teil finde ich toll, dreht es rum und klappt das Ganze hier rein. Ist im Prinzip auch nur eine Klappe, aber irgendwie ist es mal anders. Mag ich ganz gern. Und dann den Arm hier nach unten und hier nach vorne. Klappt jetzt hier einmal das X nach unten und dann nehmt ihr die ganze Brustplatte hier auf diesen beiden Gelenkärmchen an der Seite. Haltet so ein bisschen gegen die Kopfplatte, sonst rutscht ihr euch nämlich mit runter. Seht ihr? Da müsst ihr gucken, dass ihr das jetzt hier mit dem Kopf dagegen haltet, sonst sitzt das eigentlich nicht richtig. Denn hier ist so eine kleine, so wie so ein Speeg, so eine Platte, die muss unter die Kopfplatte. Und der Kopf muss dabei gerade sitzen. Und dann drückt ihr das hier an der Stelle zusammen. Dreht jetzt die Flügel hier einmal nach vorne. Die müssen hier so ein bisschen an den Schultern vorbei. Das ist nicht ganz so schön. Legt das hier drauf und dann knackt ihr die Flugzeugspitze hier in der Mitte auseinander. Klappt das hier einmal rum. Da habt ihr auch einen entsprechenden Arretierungspunkt. Hier das Schraubenloch quasi geht da hinten auf diesen Pin und dann legt ihr das einfach hier drauf. Die Flügel könnt ihr so grob, so 45 Grad nach oben angelegen, wie ihr das gerne wollt, so anwinkeln. Und dann nehmt ihr hier das Backpack, schwingt das nach unten. Das hat hier, dieses Teil legt sich da rein. Weil das so ein bisschen Halt bekommt. Dann drückt ihr das richtig da rein. Und dann sieht das eigentlich ganz gut. Und dann seid ihr mit Ultimate Expense in seinem Botmodus fast. Die Flügel noch hier noch ein bisschen nach oben. Stehst du? Stehst du? Fertig. Und nach einigen Posingversuchen haben wir ihn dann hier in seinem Botmodus. Und ihr seht, die beiden Minifiguren kann man tatsächlich oben auf die Flügel draufstellen. Ich habe das in der Anleitung gesehen und dachte mir, das haut doch nie im Leben hin. Gerade der Wolverine fällt doch bestimmt darunter. Natürlich ist es nicht super stabil. Das war es. Aber wenn man es einmal hingestellt hat und dann nie wieder durch den Raum läuft, mag es funktionieren. Also warum sage ich das? Die Idee finde ich ganz cool eigentlich, weil es die Größe des Boards einfach noch ein bisschen unterstreicht. Ich hätte mir halt gewünscht, dass er vielleicht irgendwie so einen kleinen Pin hier oben mit reingießen, wo die Figur draufstecken kann, dass es einfach sicherer hält. Das wäre okay gewesen. Dann haben wir hier die Klingen. Könnt ihr wie gesagt hier in die Handöffnung stecken. Ich finde das kommt gut. Funktioniert gut. Ich persönlich hätte mir ja jetzt lieber zwei von denen gewünscht und noch das Schwert. Vielleicht hat man diesen Wolverine-Look noch so ein bisschen mehr. Aber ja, ihr müsst halt euch quasi dann zweiteilen an der Stelle. Aber ich denke, es ist okay. Gibt's schon mal. So grundsätzlich muss ich sagen, finde ich den hier eigentlich ganz nice. Ich finde die Flügel hier oben, diese Plattform. Ich hätte sie lieber, vielleicht kann man die auch immer gucken. Ja, man kann die vielleicht so ein bisschen runterklappen. Dann sind sie nicht ganz so präsent. Aber er hat es halt trotzdem irgendwie da oben auf dem Rücken. Das kann man halten wie ein Dachdecker. So richtig schön ist das nicht. Den Flügel-Look hier finde ich cool, zumal die Flügel hier entsprechend mit Gunmetal auch bemalt sind und modelliert. Das kommt ganz gut. Und generell muss ich sagen, mag ich das Farbschema. Ich mag die Brust und den Kopf halt wirklich gerne. Alles gelb, rot, silber, alles bemalt. Das schwarz ist bemalt. Alles auf Basis dieses blauen Plastiks. Ich finde, das sieht super aus. Ist auch qualitativ wirklich gut gemacht. Hier das gerade das Gelb ist schön kräftig, leuchtet schön. Alles metallig. Der Gürtel hier mit den Taschen. Alles sehr oldschool X-Men irgendwie. Mag ich total gerne. Die ganze Figur ist jetzt ein bisschen angelehnt an dieses Design von der 92er Cartoon-Serie, die ja viele in Ehren halten. Vollkommen zu Recht. Hier noch ein schöner Akzent mit drauf. Also vom Design muss ich sagen, finde ich den ziemlich cool. Ihr könnt am Kopf, könnt ihr den Visor noch hochklappen. So ein bisschen Cyclops mäßig. Den, das Gesicht finde ich ein bisschen gruselig irgendwie. Also sieht, weil er so extrem große, immerhin rot bemalte Augen hat. Aber das Feature ist ganz witzig. Ich finde eigentlich, dass er so cooler aussieht. Und ja, dann hier unten noch ein paar mehr Details hier mit den Knien. Das kommt so weit. Alles ganz gut. Der Aufbau mit den Flügeln ist halt ein bisschen groß. Das Schöne ist ja, ihr habt gesehen, die Flügel entfernen sich ja sowieso die ganze Zeit von selbst. Von daher könnt ihr es auch einfach ablassen. Ja, und dann habt ihr nicht mehr ganz so viel Kibbel. Vielleicht ist das sogar gewollt sicherlich nicht. Aber ihr seht auch hier, der Flügel, der springt richtig über. Hier, der ist so ein bisschen lose immer noch. Aber so sieht es ein bisschen besser aus. Lässt man sie vielleicht einfach weg. Keine Ahnung. Ansonsten, ja, so vom Design von den Proportionen ist ein bisschen schräg. Klar, aber ich finde es nicht schlimm. Ich finde es nicht schlimm. Also ist, glaube ich, von den Bot-Designs her, von den Collaborative-Figuren, die ich bisher gesehen habe, das waren ja sonst nur noch der Geiger-Watt, also von Zurück in die Zukunft oder Gigawatt. Und der Maverick, ja, dieses Top Gun-Desaster, finde ich das vom Bottenhoch, das ist der schönste bisher. Machen wir mal die Flügel mal wieder hoch. Sah dann tatsächlich doch besser aus, als dieses runtergeklappte Ding. Ja, allerdings technisch nicht ganz ohne. Denn zum einen seht ihr, er kippelt so ein bisschen. Er ist ziemlich rückenlastig. Also du kannst ihn eigentlich nur gerade hinstellen, wenn du die Hüftgelenke, so wie hier, einklickt nach vorn und die Knie leicht zurück. Also ganz gerade hingestellt. Wenn ich jetzt alles ganz gerade ausrichte hier, was übrigens aufgrund der festen Gelenke nicht so einfach ist, da kommen wir gleich noch zu, dann ist er rückenlastig. Das ist sehr schade. Die Gelenke sind zwar eigentlich fest, also ihr seht, da schlappert nichts rum. Das Problem ist hier, haben sie so eine Art Beuge eingebaut. Du kannst die leider quasi nicht nutzen, aber sie ist unfassbar locker. Dadurch schlackert der ganze Oberkörper rum. Das macht ihn natürlich zusätzlich instabil. Auch die Knie, die haben halt, zwischen den Zehen ist zu viel Spiel. Das haben wir auch schon bei anderen, auch schon bei teureren Figuren noch gesehen. Das macht es ein bisschen problematisch. Ansonsten, das Backpack ist natürlich ziemlich krass, aber es hält immerhin gut zusammen. Das hier oben hätte gerne noch ein bisschen besser arretiert sein dürfen, aber es ist okay. Also ich finde in Summe, es ist natürlich, die Figur ist eine Kuriosität, wie eigentlich alle Collaborative-Figuren. Man kriegt den gepost. Ich finde das Design generell hier, das finde ich alles toll. Aber ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht auch diese ganze Nummer hier, auf dieses Gelenk, was hier drin ist, das du eh nicht wirklich nutzen kannst, das einfach weglassen. Hier lieber ein festes Teil, dass das vernünftig ist. Die Rotation ist sowieso unten drunter. Dann würde er sich nicht ganz so wabbelig anfühlen und dann wäre er auch deutlich einfacher, stabil hinzustellen. Bei der Beweglichkeit haben wir zunächst die Flügel. Ihr könnt, wie gesagt, auf diesen Gelenken neigen, wie ihr lustig seid. Auch hier hinten, die könnt ihr noch ein bisschen, die könnt ihr auch nach unten hängen, wenn ihr wollt. Das geht alles. Und dann haben wir den Kopf und der sitzt auf einem drehbaren Scharnier. Das heißt, ihr kriegt einen guten Blick nach oben, ihr kriegt auch einen ziemlich coolen Blick nach unten und ihr kriegt eine Rotation. Ihr kriegt aber folgerichtig keine Neigung links und rechts. Wir haben die Schultern, die sind einmal hier. Diese Teile sind auf Kugeln aufgehängt und ich kriege das einen minimalen Butterfly. Ist aber nicht wirklich viel. Der Arm selber geht hier 90 Grad raus. Ihr könnt das Teil hier unten auch aushängen. Dann kommt ihr noch ein bisschen weiter. Dann habt ihr hier die Lücke. Aber für ein Foto oder so kann man sicherlich werden. Rotation rundherum ist kein Problem, abgesehen von den Flügeln. Aber das kriegt man leicht gelöst. Rotation am Ellenbogen funktioniert. Einfaches Gelenk. Ellenbogen, Oberarm ist das. Das ist der Ellenbogen. Einfaches Gelenk, 90 Grad und ein rotierbares Handgelenk. Dann haben wir, wie gesagt, hier diese Apparatur hier im Torso. Theoretisch ist es eine Beuge. Man kann ihn beugen, aber zum einen ist das Gelenk so locker, dass ihn das Gewicht des Rucksacks zieht ihn wieder nach hinten. Von daher kann man das nicht wirklich nutzen. Und auch die Neigung links und rechts ist so ein bisschen überflüssig. Ich weiß nicht, wenn man hier diese Dinger weg macht, kommt man auch nicht wirklich weiter. Also es ist eigentlich nur ein Instabilitätspunkt. Ziemlich überflüssig. Die richtige Hüftrotation oberhalb des Gürtels haben wir nicht. Aber wir können immerhin die Beine hier unterhalb, also 45 Grad in beide Richtungen grob, kriegt man da schon hin. Also für die meisten Posen wird es reichen. Und dann haben wir die Beine. Die Gelenke hier sind problematisch, denn die Hüft, also eigentlich die gesamte Abstimmung der Gelenke aufeinander ist nicht gut. Wir haben einmal das Hüftgelenk nach vorne. Wenn man hier unten am Bein zieht, kann man die Hüfte ganz gut bedienen. Es ist eine sanfte Ratsche, aber die ist ziemlich fest. Mit dem langen Hebel geht es dann einigermaßen. Aber wenn ich hier das Knie zum Beispiel bewegen will, ziehe ich eher an dem Hüftgelenk, als dass ich das Knie bewege. Das nervt ein bisschen. Nach außen auch ziemlich fest, aber auch die volle Reichweite. Ja, das ist okay, aber zurück ist dann... Also man kriegt selten nur diesen... Wenn man nur einen Klick will, das ist eigentlich eine recht feinzahnige Ratsche, aber wenn man nur diesen einen Klick nur haben will, muss man wirklich sehr präzise arbeiten. Hier haben wir übrigens einen kleinen Obersprayer, eine Farbe. Das ist aber nicht so wild. Bein geht übrigens bis hier nach oben. Ich weiß nicht, ob ich das eben richtig erwähnt habe. Nach hinten geht es im Prinzip, naja, so bis hier. Dann kommt das Backpack in den Weg. Wenn man es ein bisschen weiter auseinander dreht, kommt man auch noch. Also die Reichweite ist generell schon da. Man muss ein bisschen drum herum hantieren. Oberschenkel rotiert, kein Problem. Nicht schon wieder. Es ist dieses Scheiß-Ding. Das funktioniert. Dann haben wir das Knie. Auch hier, wir haben hier unten das Gelenk. Ist ein bisschen einfacher zu bedienen. Ist aber eigentlich nicht das, was ihr wollt. Denn das richtige Kniegelenk, mit dem ihr Reichweite produziert, ist das hier. Und die Ratsche ist meines Erachtens viel zu fest. Aber dadurch kriegt ihr schon mal die 90 Grad. Und ihr habt jetzt hier zusätzlich das kleine Gelenk noch hier unten. Das kippt euch aber nicht so viel mehr. Von daher, ja, 90 Grad am Knie. Ich denke auch, das ist okay. Aber hier, diese Gelenke sind zwar sehr fest. Das heißt, er wird euch nie über die Knie wegkippen. Aber die Bedienung ist wirklich eklig. Und auch hier die Schraube. Da könnt ihr nicht wirklich viel mit dran machen. Dann haben wir noch den Fuß. Der geht. Das ist zwar so ein bisschen digital, weil er hier so einen Übersprungspunkt hat. Aber er geht gute 45 Grad nach oben. Das ist cool. Und wir haben hier noch eine Bewegung leicht nach unten. Die Fersen ist hier auf dem Kugelgelenk. Das ist ja sein Triebwerk sozusagen. Könnt ihr ein bisschen justieren. Bringt euch aber für die Stabilität nach hinten nichts. Das ist so einer, der hätte so einen richtigen Fersensporn gebrauchen können. Dass er nach hinten stabiler steht. Und den Flügel hier ein bisschen gerader machen. Dass er auf dem Flügel sich abstützt. Irgendwas. Fehlt leider beides. Und dann haben wir noch die Bewegung des Kröchels nach innen. Die funktioniert. Und nach außen. Funktioniert tatsächlich auch. Das ist ziemlich gut. Also die Reichweiten sind generell da. Ich finde halt die ganze Gelenkkonstruktion im unteren Bereich. Die ist ziemlich unbeholfen und macht keinen Spaß beim Justieren. Der Oberkörper funktioniert. Also Kopf, Schulter, Arme. Das funktioniert ja alles ziemlich gut. Dieses Gelenk hier in der Mitte hätte man sich im Sinne der Figurenstabilität schlicht und ergreifend checken sollen. Auch im Bordmodus ist die Größe nicht zu verachten. Von Kopf bis Fuß immerhin 25 Zentimeter. Auch das Gewicht ist nicht ohne. 299 Gramm. Und zum Vergleich haben wir hier mal Studio Series 44. Da ist es glaube ich. 44 Dark of the Moon Optimus Prime. Auch da schaute ich euch noch ein Review. Kommt alles die Tage. Ich hole wieder auf. Und ja, ihr seht, das Ding ist riesig. Fazit. Das größte Problem der Figur ist die Rückenlastigkeit. Das Backpack ist sehr groß und sehr schwer. Und das kombiniert mit dem fehlenden Fersensporn, dem lockeren Torsogelenk und dem großen Spiel im Kniegelenk sorgt dafür, dass er einem regelmäßig nach hinten überfällt. Und es nervt. Das hätte man sicherlich lösen können, indem man einfach mindestens mal eins dieser drei Probleme angegangen wäre. Alle drei zusammen sind doch recht nachteilig. Ansonsten haben wir doch diese abfallenden Klappen. Die sind halt vor allem, gehen sie einem unglaublich auf den Keeks, weil du ständig dieses Ding wieder dran stecken musst. Und im Ortmodus ist es auch tatsächlich ein Problem, weil sie halt noch runterklappen und dann sieht der Ortmodus einfach nicht mehr gut aus. Und das ist schade, denn der sieht ansonsten absolut fantastisch aus. Mag ich sehr, sehr gerne. Und genau dafür habe ich mir ja auch geholt. Von daher, für mich geht das dann schon klar. Aber auch der Botmodus sieht super aus. Also gerade die ganzen neuen Teile, die Brust, der Kopf, die Arme finde ich vom Design her wirklich toll. Die Bemalung ist klasse. An der einen oder anderen Stelle haben wir gesehen, haben sie ein bisschen übergemalt. Aber grundsätzlich, die Farben sind decken toll, knallen toll, leuchten schön. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Auch die Beweglichkeit ist ziemlich beeindruckend. Leider sind die Hüften und Kniegelenke nicht so richtig der Kracher. Die sind zwar fest, aber meines Erachtens schlecht aufeinander abgestimmt. Eigentlich sind sie zu fest und machen ihn etwas anstrengend zu posen. Das Zubehör ist soweit ganz nett. Die Wolverine-Figur steht nicht vernünftig und beide Figuren sind nicht im Maßstab. Dieses weiche Gummi oder dieses weiche Plastik für die Effekte finde ich auch nicht so ein Riesenkracher. Ich hätte lieber zwei Klingen gehabt. Und dieser Psylocke-Stirneffekt ist einigermaßen nutzlos. Aber naja, es ist ein bisschen was dabei. Pluspunkte gibt es definitiv für das ziemlich coole Box-Design. Also zum Originalpreis von, ich glaube, fast 100 Euro sollte der eigentlich kosten oder 80 Euro, irgendwas in der Größenordnung, habe ich ihn guten Gewissens stehen lassen in den letzten Monaten. Ich habe ihn jetzt hier im Ausverkauf gekriegt für 35. Also den Preis ist er meines Erachtens, wenn man das den Look mag, ist es den Preis von 35, 40 Euro in jedem Fall wert. Vielleicht noch mit ganz viel Ruhe wollen 50 als großer X-Man-Fan. Aber alles, was da drüber hinausgeht, ist definitiv zu viel. So weit mein Video zum Ultimate Expense. Wenn es euch geholfen hat, unterstützt mich gern auf Patreon oder direkt hier auf YouTube als Kanalmitglied. Und checkt meine anderen Collaborative-Videos hier oben in der entsprechenden Playlist. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.